Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Jumpy Video. Das vorletzte Jumpy, in dem ich ein Championat ohne Abkürzung reite. Hier bei Moorland bin ich tatsächlich richtig krass gespannt, denn ich glaube hier über dem Berg nachher darf ich nicht drüber reiten. Sondern dann hier außenrum. Und ja, es gibt viele Abkürzungen, die ich hier nicht nehmen kann. Das heißt, so gut wie beim V-Day-Championat wird es, denke ich mal, nicht klappen. Ich denke aber nicht, dass ich unter die Top Ten kommen werde, aber das werden wir gleich sehen. Auch dieses Mal ist mein süßer Pergeron mit dabei und beim Fortpinter-Championat dann beim letzten Championat oder Abkürzung. Also, dass ich ohne Abkürzung reite. Das heißt, jetzt habe ich mich verhaspelt. Nochmal bitte. Also, ich werde hier beim Moorland-Championat und nochmal im Fortpinter-Championat mein Pergeron mitnehmen. Und ja, an dieser Stelle gibt es nichts weiter dazu hinzuzufügen. Wir sehen uns wieder, wenn das Championat losgeht und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. So, ja, das Moorland-Champi ohne Abkürzung reiten. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren und aufpassen, dass ich nicht doch mal eine Abkürzung benutze. benutze, weil, ja, man benutzt eigentlich immer irgendwelche Abkürzungen, sonst hat man nicht wirklich irgendeine Chance, mal eine Medaille zu ergattern. Deswegen muss ich mich wirklich konzentrieren, nicht irgendeine Abkürzung zu benutzen. Leute, das ist echt Gewohnheit, sage ich ja. Alter Schwede, guckt euch das mal an hier, ne? Ich nehme natürlich... Was wollte ich sagen? Ich bin so lost, ne? Nein, ich wollte natürlich sagen, ich renne schöne Schlängelinien, damit ich nicht springen muss. Ich reite auch hier ein bisschen abseits. Hier springen wir mal drüber. So, hier ist es tatsächlich egal, was ich nehme. Ich kann auch hier unten rum reiten. Da muss ich doch da oben nicht rüber springen. Das ist doch viel zu aufwendig. Das muss man doch nicht tun. Das ist doch totaler Quatsch. Guckt mal, jetzt reite ich hier außen lang. Guckt mal, viele sind stehen geblieben. Diesen Stress habe ich doch überhaupt nicht. Guckt mal, wie gut ich eigentlich durchgekommen bin. Welcher Platz bin ich denn überhaupt? Ich habe das Interface nicht angehabt. Du meine Güte. Platz 6 sogar. Was? Zur Hölle. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich komme noch nicht mal unter die Top 10. Naja, bis jetzt sieht es tatsächlich sogar relativ gut aus. Also, ja, was soll ich sagen? Kann sich natürlich alles noch ändern, ne? Weil, guckt mal, wie schön ich hier aushin lang reite. So, hier schön um die Heuballen. Ganz entspannt. Läuft doch gut, oder? Es läuft wirklich gut. Guckt euch das doch mal an. Ich bin schon mit Abkürzung viel schlimmer geritten als jetzt. Platz 6. Was soll ich sagen? Ich bin beeindruckt. Es lief auf jeden Fall ganz gut. Ach ja, ich liebe das Percheron. Das bringt mich wirklich richtig, richtig gut durch die Championate. Ja, wie ihr gesehen habt, Platz 6 ist es geworden. Und auf dem ersten Platz sind Sarah Archburn, ist Sarah Archburn gelandet? Sorry. Celine Iron Knight auf der 2. Und auf dem dritten Platz Melanie Brave Glass. Herzlichen Glückwunsch. Ja, beim Fort Pinter-Championat wird es auf jeden Fall nochmal interessant. Da werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Schlängelinien reiten. Und es gibt auf jeden Fall viele Wege, viele indirekte Wege. Und da bin ich wirklich nochmal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich finde es tatsächlich richtig cool, mal Championate ohne Abkürzung zu reiten. Es ist wirklich richtig entspannt. Und man bekommt sogar einen relativ guten Platz. Also ich bin wirklich beeindruckt. Das ist halt das Riskante, wenn man Abkürzungen benutzt. Also wenn man die Abkürzungen richtig gut hinkriegt, dann ist die Chance auf jeden Fall sehr groß, dass man eine Medaille bekommt. Aber wenn man die Abkürzungen versaut und richtig stark hängen bleibt und eventuell sogar noch zurückgesetzt wird und falsch herum durch die Fahne reitet oder was auch immer, dann kann einen das schon echt viele, viele gute Plätze kosten. Und ja, man muss halt einfach gut reiten können. Egal auf welchem Pferd man sitzt. So viel steht auf jeden Fall fest. So, das war es auf jeden Fall vom Moorland-Championat ohne Abkürzung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiederhören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.